Willkommen bei Monday.com. Wir zeigen dir in etwa drei Minuten alles, was du wissen musst, um loslegen zu können. Fangen wir an. Bei Monday.com fängt alles mit Boards an. Beginne ein Projekt, in dem du ein neues Board erstellst oder eine unserer Vorlagen auswählst. Boards bestehen aus Gruppen, Elementen, Unterelementen und Spalten. Elemente können fast alles sein. Kunden, Deals, Meetings, Bugs. An was auch immer du arbeitest. Wenn deine Elemente bereit sind, füge Spalten hinzu, um dein Projekt zu aktivieren. Mit der Personenspalte siehst du, wer was macht. Behalte die Kontrolle über Deadlines mit der Zeitleistenspalte. Nutze Statusspalten, um den Status Quo und Prioritäten einzusehen. Entdecke die Spaltenzentrale, um wichtige Details im Auge zu behalten. Etwa E-Mail-Adressen, Standorte und Daten. Erledige arbeitsbezogene Kommunikation im Updates-Bereich. Stelle eine Frage, tagge deine Kollegen oder hänge eine Datei an. Kollegen, die du getaggt hast, werden benachrichtigt, sobald du auf Update klickst. Verabschiede dich von langen E-Mail-Ketten. Erweitere dein Board und gewinne nützliche Erkenntnisse mit Board-Ansichten. Nutze die Formular-Ansicht, damit aus Eingaben umsetzbare Elemente werden. Nutze die Diagram-Ansicht, um deine Board-Daten zu visualisieren oder die Datei-Ansicht, um Dateien all deiner Elemente einfach zu verwalten. In der Ansichtenzentrale findest du sogar verschiedene Möglichkeiten, um deine Arbeit zu managen. Etwa das Gant-Diagramm oder die Kanban-Ansicht. Verabschiede dich von manueller Arbeit mit Automationen, Integrationen und Apps. Integriere deine Lieblings-Apps in monday.com und zentralisiere deine ganze Arbeit. Apropos Apps. Schaue dir den Apps-Marktplatz an, wo du tolle Drittanbieter-Apps finden kannst, um deinen Workflow zu optimieren. Spare Zeit und Mühe, indem du regelmäßige manuelle Aufgaben automatisierst. Nutze unsere vordefinierten Formeln oder erstelle deine eigenen, indem du bestimmte Trigger und Aktionen definierst. Wenn Workflows eingerichtet sind, brauchst du dir nur noch zu überlegen, was du mit all deiner freien Zeit einstellen sollst. Behalte das große Ganze mit Dashboards im Blick. Mit Dashboards kannst du die Teamleistung und Kennzahlen verschiedener Boards erfassen, indem du anpassbare Widgets verwendest. Brainstorm zusammen über das nächste große Projekt mit Monday Workdogs. Workdogs sind flexible Whiteboards, auf denen du und dein Team zusammenarbeiten könnt, und zwar an fast allem. Wenn du Dinge voranbringen willst, kannst du Ideen in Aktionspunkte verwandeln, und zwar mit wenigen Klicks. Wie cool ist das denn? Wenn du deine Arbeit effizienter gestalten möchtest, solltest du dir die Produkte von monday.com anschauen. Jedes Produkt bietet dir gebrauchsfertige Boards und Workflows mit wichtigen Funktionen, die deine Arbeit optimieren. Jetzt bist du an der Reihe. Es ist an der Zeit, Arbeit zu erledigen. Klicke hier für mehr Einsteigertipps und alles weitere rund um monday.com.